Ja, hallo Leute, hier euer Toso und willkommen zur Playlist von Space Marine. Ich mache da ein kurzes Intro, weil eben diese Warhammer-Community dermaßen groß ist und ich mich gleich vorweg entschuldige für mein Unwissen. Wenn ich da ab und an Blödsinn erzähle und nicht konform mit euch gehe, dann seid bitte nicht zu kritisch, ich habe nur da noch vorgespielt und das auf dem Computer und das war ein Strategiespiel. Ich wünsche euch in diesem Sinne noch viel Spaß bei diesem Shooter und ja, schreibt einfach in den Kommentaren, was euch passt und was nicht. Wenn ich gerade noch am Zocken bin, kann ich was ändern, ansonsten, ja, wird ziemlich lustig. Bis gleich, euer Toso. Ciao.